A Bata steht am wenigsten hoch, da sehnt sie eben nach oben. Er müsst das jetzt nicht groß nicht schneiden, aber wir müssen die sagen, muss es dreien. Da kommt dann noch der Mo daher, denkt sie, nichts Schlimmes. Zockt der Bata zu den Mo in Mo! Mo Mua Bata Ma, du, Matanah Bata, Mo Mua Bata Ma! Mo Mua Bata Ma, du, Matanah Bata! Der Wasser steht am Bistler, man. Was ist denn so? Aha. Ja, muss halt nichts, dass es groß ist, nein. Dann wird die Molras, die kommt rein. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk